Ich guck gerade mal wegen den... Da ist Officer Jenny, genau. Hat die noch was? Speedbroke complete. Teach a Pokemon Headbutt. Ach ja, ja, kann man machen, ja, ja. You will be ordered. Nee, ich will nicht jemanden Seismic Toss für 2000 beibringen, Alter. Oh no, viel zuviel. So, und hier bin ich nicht im Wald, sondern noch ein, zwei runter. Kann Ash noch versuchen zu besiegen, wenn wir gerade so einen... Der dümpelt ja auch noch herum, wenn ich schon hier bin. Guck mal her, Ash. Ach, verdammt. Bam. Postnode, Geld noch auf 1 Punkte. itätskontakt. Hey, ich bin Ash. Ich suche nur ein paar Pokemon. Ja, komm vorbei in 46 Stunden für ein Rematch. Weil ich hab schon mal gegen den Kämpfung verloren. Eaaaaaaaaaah Okay. Also kannst du nur einmal pro Woche herausfordern. So, die hab ich ja nicht geredet. Kannst du mir bitte helfen? Ja klar, was ist kaputt? Mein schwarzen Anzug hat mein Pidgey gestohlen. Das ist mein Taubsy gestohlen und ist da reingerannt. Bitte finde ich für mich. Hier, ich geb dir ne Fluchtseil, wenn du rauskommst. Ich vermisse mein Pidgey. Okay. Ja, dankeschön. Ja, hab ich auch schon gemacht. Ist das doof? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ich brauche immer einen Mega Drain hier. So, zack. Gecovert. Oh. Ah, du machst ja viel Schaden an meinem Beauty, wie du das unbedingt sehen wolltest. So gar nicht, nämlich. Warum will jemand einen Pflanzenprogramm sehen, um sein Wasser anzugreifen? Das verstehe ich nicht so ganz. Das verstehe ich nicht. Tschüss. Gut Job. Okay. So, hier muss ich einfach nur nach links, glaube ich. Ne. Eins hoch. Nach links. Dann hier rum. Da hin. Hallo. Hm, lassen Sie uns um das Taubsy von dem King kämpfen. Ich rede mir, dass ich zu viel zu schwach sein kann. Äh, ja. Oog Zoki. Oioioioi. Noch mal Oog Zoki. Oh nein. Oh, das war so ein einziges Pokémon. Oh. Hier hast du es. Ich bin weggeflogen. Hier, Headbutt. Ich mag nie. Ich hasse diesen Wald. Überall sind Käfer in Bäumen. Ich kann sie rausholen, aber ich will nicht. Wird nichts so ablaufen, wie du es denkst. Das müsste Headbutt lernen. Ja. Wenn ich mir nicht ein Headbutt beibringen. Dir. Kannst du Headbutt lernen? So. Äh, yes. Äh, yes. Hier, mach mal Scratchback. Er has learned Headbutt. So. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich will mal gucken, wo es ist. Mit Headbutt. Da. Wild Pokemon attacks. Wer bist du denn? Was zum Geier? Die steht hier aber gar nicht drin. Verarschen. Äh, ich bin wahrscheinlich viel zu stark dafür, oder? Das ist ja schon mein schwächstes. Ich hab den Verdacht, dass wenn ich... Magnitude. Magnitude. Ha. Nicht so richtig. Äh, nein, nicht da. Magnitude. Items. Pokéball. Hey. Was um es Sea-Waddle ist. Haben wir wo gefangen. Läuft. Ach, geh so mit Keyes. Oh, Aff. Was passiert, wenn ich jetzt hier hingehe? Das ist der Honigbaum. A, ich brauch Honig in meinem... In meinem Rucksack, damit ich da was machen kann. Okay. Okay. Bestanden. Ich bin wieder vor. Taubsen. und hier irgendwelche pokémon aus komplett random lepperware ist sehr schön dann sollte man es ja doch machen der baum ist leer doch items rausfahren kann oder sind es bei dem baum wenn man hier kann den baum in der mitte noch an ist ruhig nicht Das ist der Typ, dem nicht klar ist, warum Rocco ihn gerade vernichtet hat, aber mit Feuer und Geheberpokémon angreifen will. Bist halt ein Depp. Ich könnte sagen, das soll eigentlich nicht als effektiv sein gegen mich. Ha, die Perfekte, wo ich brenne. Headbutt. Aua. Und das ist dumm, dass der mir so viel Schaden macht, wenn der ein Stepp ist. Oh, schweigert. Wuh. Ja. Tau Boga, los gehts. Bist doch auch noch ein Kickpokémon, oder? Ja, ja. So, 100 Poké-Dollar. Vielleicht soll ich andere Pokémon an dem Typen fangen. Ja, ist naheliegend. Würde ich behaupten. Weiter eine Unfähigkeit. Ist das naheliegend. So, erstmal heilen. Ja, ich möchte mich heilen, dankeschön. Tschüss. So, jetzt muss ich noch zu ihr gehen. Hier zu Officer Jenny, damit die sagt, okay, cool. Äh, einzelne Pokémon kann jetzt Kopfnuss. Sehr schön. Hier ist deine Belohnung. 5000. Holy shit. Gut. Ich habe nicht die genügend benötigten Orden, um das Meldes Team zu nutzen. Ja, okay. Kann ich hier die Pokémon auch kämpfen, sozusagen? Ja, kann ich. Oh, Enatu. Das ist ja mal mega geil. Äh, Psycho-Pokémon, äh, Psycho-Flug. Jo. Äh. 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 Hä-hä. Noch einen? Oh, ich glaube, es wird stärker, ne? Fury Cutter. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ja, versuchen wir uns zu fangen. Äh, hier kommt ein Atus raus. Holy shit. Ja, gut. Ne? Oh, jetzt wird es Nacht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen suchen. Da kann ja schon richtig geiler Scheiß drin sein. Guck, guck. Moment mal, da drüben war doch das Pummelchen hier jetzt. Zit. Ach, ich bin jetzt beim Gefängnis, genau. Und der Typ, aus dem in der Edition drin ist. Äh, nicht aus der, irgendwie, SoulSilver oder sowas. Jetzt da drüben. Das NATO hätte ich echt gern gehabt. Meine Güte. Ach, jetzt ist er wieder da, ja. Jetzt war er dann einfach weg. Lady Bar? Okay, das ist ein Cable, den ich aber noch nicht kenne. Hier, die Kader. Wow. Sternenschauer direkt. Ist klar. Äh, Item. Pogba. Sehr schön. Wie das Neues gefangen. Äh, ich muss euch wahrscheinlich mal austauschen mit Pikachu. Wille Poggenkraft haben. Wieder Lady Bar. Und hier laufen, ich kann nicht weglaufen, oder? Und das wirst mich nicht mehr. Ach, kommt die Leute hier wieder? Boah. Neue Perspektive. Der Kopfnuss. Ja, noch eine NATO. Sehr schön. Sehr schön, dich hätte ich gern. Äh, ich habe überlebtes das. Oh, du überlebst den Locker. Sehr schön. und das buch war Ah'aah. Hm. Poison Sting? Das stimmt. Entschuldigung. Äh, Items, Pogba. Komm schon, sehr schön. Gefahren. So, dann hab ich mein Nahto, was ich gesucht hab. Kurz heilen gehen. Theoretisch würde ich wahrscheinlich mein Taubsi dagegen austauschen. Aber wie gesagt, das Ding ist ja flug und hat noch Psycho dazu. Und Psycho ist generell super stark. Ja, bitte heilen. So, lol. Hier wird's langsam voll. Ja, Flug Psycho. Ich hab nur keine Ahnung, was gute Werte davon sind und was nicht. Teleport, Nightshade, Pack und Leere. Was sind das? Normal. Mal. Achso. Böser Blick ist das. Silberblick ist das glaub ich auf deutsch. Äh, was ist das? 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 Denk ich. Denk ich, denk ich. Vor allem muss ich erstmal heilen. Was ist das? Hier habt ihr einen. Okay. So, jetzt guck ich mal was der hier wenn der Hidden Power hat. Hier, Hidden Power. Hidden Power. Hidden Power auf Dragon. Jetzt guck ich mal nach was die blöden Hidden Power sein sollen. Kraft Reserve. Wenn ich Kraft Reserve einsetze. Hat das ein Typ dann oder was? Was ist das? So, jetzt bräuch ich nochmal ein paar Käfer Pokémon. Theoretisch. Mit denen ich kämpfen muss. Ja, Headbutt. Ich kenne dich auch nicht. Ich kenne dich auch nicht. Ich kenne dich auch nicht. Weit. Zu viel, okay. Oh. Zu viel. Also hier in den Bäumen können echt viele, viele Viecher sein. Holy Shit. Ich wollte dich eigentlich. Genau. Weil ich kann nicht mit dem Flugangriff angreifen. Weg. Weg. Schnabel. Genau. 286 XP. Okay. Mir fällt gerade ein. Guck mal her. So. Und so. Und dann sind die Schadensdinger oben. Okay. Ich muss halt trotzdem eigentlich noch ein bisschen trainieren. Das Viech. 15 oder so müsste ich das schon bringen. Denk ich. Und das kriege ich glaube ich am besten. Hier hin wo noch die ganzen Käfer Pokémon aktiv sind. Okay. Wildes Hut Hut. Ja. Ein Kokona. Das ist heute hilfreich. Angriff. Angriff. Der Bomber leer. Ah. Griffe. Ist ineffektiv. Ich kriege eine Griffe. Aha. Wir wechseln mal kurz aus. Ich bin nicht eigentlich das Ding fangen. Ich hab keinen Schwachen. Einfach angriffen. Ja. Ich vermute mal es wird nicht reichen. Wobei es alle 6 hat. Das ist griffelvieh. Nee. Männer ruckzuckig ist sie mit Sicherheit tot. Kann ich sie überhaupt fangen? Wenn sie doch immer entschieden wurde. Also. Das ist natürlich nicht angenehm. Ach komm. Ist das nervig. Endlich. Ich hab hier eigentlich irgendwie. Oh. Ich hab hier ein Fossil. Ich muss ja wieder die Fossile abholen. Logisch. Ähm. Pralyse. Äther. Ja. Ich kann Ian clean, die nicht mal mit. Der bl